Die Maure ist die schönste Gmonde, nicht nur im Unterland, sondern im ganzen Land. Wir haben ganz wenig Durchgangsverkehr und vom Schawald hat man einen wunderschönen Blick auf die Maure. Ich habe zwar nie am Schellenberg gewohnt, aber Schellenberg ist trotzdem die schönste Gmonde der Welt, weil man so viel Sonnenschein hat, schön auf der Höhe da man ist und vor allem auf die Maure anschaut. Ein Bildungsdienst Kanzler Begriff Kanzler Kanzler